Verwandeln Sie jedes Smartphone in ein Babyphone. Scannen Sie einfach einen QR-Code, um die Geräte zu verbinden und die Echtzeitübertragung zu starten. Verbinden Sie eine unbegrenzte Anzahl von Telefonen sowohl als Babykamera als auch für die Überwachung durch die Eltern. Fügen wir ein weiteres Telefon hinzu, um gleichzeitig auf zwei Kinder aufzupassen. Jedes Kindergerät verfügt über Bewegungs- und Geräuscherkennungsfunktionen, um sie zu benachrichtigen, wenn Ihr Kleines aufwacht. Bei Bewegungserkennung gibt das Telefon der Eltern ein akustisches Signal und vibriert. Selbst ohne aktive Überwachung erhalten Sie immer Benachrichtigungen über erkannte Bewegungen oder Geräusche. Ein Klick auf eine Benachrichtigung öffnet ein Ereignisprotokoll mit Aufzeichnungen von erkannten Bewegungen und Geräuschen. Für jedes Ereignis ist eine Videobetrachtung verfügbar, um genau zu wissen, was passiert ist. Nani – Ihr mobiles und effizientes Babyphone – immer zur Hand.